Weiter geht's. Die Russen kommen. Auch nicht schlecht. So, die Russen kommen. John und Kanyenke erfahren, warum Warwick so weit Richtung Westen vorgedrungen ist. Können sie die Pläne des Zirkels durchkreuzen oder ist es bereits zu spät? Die Russen kommen. Diese Soldaten, das sind Russen. Noch ein Stamm von Jenseits des Wassers? Ja, aber ein anderes Wasser. Der Pazifische Ozean. Sie gehen Richtung Osten. Warwick hat den Weg markiert. Der Pass ist frei. Nichts kann sie aufhalten. Da Franzosen und Briten gegeneinander kämpfen, kann niemand die Kolonien gegen diese Armee verteidigen. Außer uns. Kannst du sie allein aufhalten? Nicht lange. Was hast du vor? Ich werde den Berg zum Einsturz bringen. So, so. Die Russen kommen jetzt auch, ja? Das ist ja witzig. Den Berg zum Einsturz bringen. Ich werde Sprengladungen in den Bergen im Norden anbringen. Riegelt die anderen Pässe ab und zwingt die Russen, durch den Pass im Norden zu marschieren. Diese Bergarbeiter haben sich bereit erklärt, uns zu helfen. Wir können die Felsbrücken zum Einsturz bringen und diese Pässe abriegeln. Natürlich nur, wenn ihr verhindern könnt, dass die Russen uns umbringen. Russische Kanonen entkommen? Da, da, okay. Was ist deine Kommande? Verkündigt es dann. Dann würde ich mal sagen, macht euch mal an die Arbeit hier. Russischen Kanonen entkommen. Der Mandat ist... Hier haben wir eine Kulverine. Zwei sogar. Damit können wir hier ein bisschen was machen. Das ist jetzt gar nicht so... Ich sehe noch nicht wirklich die Schwierigkeit an dieser Mission, wenn ich ehrlich bin. Aber das wird mir vielleicht gleich bewusst. Das ist ziemlich verstreut, das Ganze hier. Ich bin bereit. Ey. Er ist... Ich will mich, Wiz. 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 Oh, wie lange das dauert. Ich dachte, das muss abgerissen werden und nicht aufgebaut. Die andere Seite muss auch noch, oder was? Oder reicht eine Seite? Ich will mich, Wiz. Weitere Bergarbeiter haben sich freiwillig gemeldet. Was ist deine Kommande? Was ist deine Kommande? Ich bin bereit. 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 Was? Was ist deine Kommande? Ja. Ah, da ist eine Kanone. Okay. So, wie sieht das aus, Jungs? Was ist denn noch da dran? Uh, das ist nicht so schön. Uh, 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 uh. Wie soll ich die denn aufhalten? Äh. Oh mein Gott, wie soll ich die aufhalten? Leute, 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 Leute. Sehr gut. Ja, verstanden. Wird erledigt. Jawohl. Ich werde es tun. Zitter, ich werde es tun. Bereit? Okay. Was ist das? Ich werde es tun. Zitter, ich werde es tun. Geht mal auf die andere Seite. Wir versuchen das hier irgendwie zu regeln. Ich werde es tun. Leit auf. Ja, jawohl. Jawohl. Kopf schon, Kopf schon, Kopf schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weitere Bergarbeiter haben sich freiwillig gemeldet. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir unsere Einheiten hier... Was gibt's da nicht, ey? Wie soll ich das denn machen? Äh. Das heißt, jetzt ist eins von zehn. Und wenn die zehn haben, oder was? Die Russen haben eine Kanone hindurchgebracht. Okay, das dachte ich mir. Okay, das heißt... Wenn wir uns nicht beeilen, kommen die überall durch, ja? So, wir haben noch Bergarbeiter, hieß es. Was ist dein Kompetenz? Ich werde es tun. Dann hier rüber. Ich glaube, ich muss die sowieso opfern. Die müssen einfach nur irgendwie... Die... Aufhalten, oder? Ja. Ja, da kann ich jetzt eh nichts gegen machen. Wir müssen jetzt erstmal den ersten Weg hier... ...gehackt bekommen. So, wir kriegen auch hier wieder unsere Punkte. Und das heißt, wir nehmen uns... ...erst mal ein paar Reiter dazu. Heil? Und... Heil, bitte was? Richtig, richtig, richtig. Und bauen hier ein paar... So. Hier geht man bitte hier. Ein Trupp Rossen ist im Anbarsch. Sehr gut. Was ist dein Kompetenz? Geh jetzt, sitze oder es ist fertig. Sehr gut. Kompetenz, Mann. Wo gehen die durch? Auch wieder unten? Also das wird jetzt die zweite Kanone sein. Ich denke mal, es dürfen keine... Oh nein. Och, das ist scheiße. Warum kommen die denn jetzt wieder von hinten? Dagegen kann ich doch jetzt überhaupt nichts machen. Eine weitere Kanone ist an uns vorbeigekommen. Dagegen kann ich jetzt überhaupt nichts machen, dass der da jetzt angreift. Das finde ich echt kacke. Das ist doch billig. Ich soll die Kanonen aufhalten und jetzt kann ich das nicht, weil ich die ganze Zeit von hinten angegriffen werde, oder was? Ich bin bereit. Was ist dein Kompetenz? Ich bin bereit. Was ist dein Kompetenz? Was ist euer Problem? Ich bin bereit. Was ist dein Kompetenz? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist dein Kompetenz? Kommt ihr da nicht... Ja, ich meine so. Kommt ihr jetzt da wieder runter? Kommt ihr da runter? Ja. Ja, da kann ich eh irgendwie nichts gegen machen. Ja, da kommt ihr zumindest schon mal nicht mehr durch. Das ist doch auch schon mal was. Kommt schon. Was ist dein Kompetenz? So, die Kanone halten wir auch so auf. Aber ich finde es trotzdem kacke, dass ich hier von hinten angegriffen werde. Ja, wird erledigt. Jawohl. Das ist echt schmarrn. So, Holz. Nahrung. Ja, ich muss jetzt wieder Dorfbewohner bauen. Ein weiterer Trupp Russen ist im Anmarsch. Arbeitet doch da dran jetzt. Ich bin bereit. Okay, die sind fertig. Dann geht hier runter und da dran arbeiten. Was ist hier? Okay, die sind anscheinend durch. Das ist egal. Ich bin bereit. Ich meine so. Ja. So, die gehen hier unten, glaube ich, durch. Ich kann sie natürlich jetzt aufhalten. Bereit. Aber, ach Gott, hier. Da muss ich sie aufhalten. Ja. Ein größerer Trupp ist denen jetzt nicht eingefallen, oder was? Kommt schon, Jungs. Hallo, Kanonen. Ihr sollt mitspielen und am besten draufschießen. Das wäre mir sehr, sehr lieb, wenn ihr das tun würdet. Ich kriege hier gerade echt nichts geschissen, ne. Das ist... Echt übel. Oh mein Gott. Sie haben noch eine Brücke zum Einsturz gebracht. Ja, und dann kommen sie hier unten, natürlich. Genau, haut sie nieder. Die müssen wir da irgendwie durchlassen. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen unsere Bergarbeiter. Das ist doch... Alter, das geht mir gerade echt mega auf den Piss hier. So, da kommen die auf jeden Fall nicht mehr durch. Da kommen nicht mehr durch. Das heißt, die kommen jetzt noch hier unten durch. Okay. Was bist du? Der schießt einfach nicht, ne. Der steht da einfach nur und wartet. Gott. Was ist das denn? Wo kommt denn die Kanone jetzt her? Ich denke, die können nur die Wege gehen. Hä? Wir sollen doch die Schneemassen da aufhalten. Komm, komm. Mach einfach die scheiß Kanone kaputt. Alles andere ist egal. So. Ja, und die töten jetzt meine Bergarbeiter. Alles klar. Weitere Bergarbeiter haben sich freiwillig gemeldet. Na, immerhin etwas. So, dich, dich, dich. Dorfbewohner. Und... Pff, dich. Wir haben nix, ne. Das ist... So, wir haben wieder ein paar Bergarbeiter. Dann müssen wir die hier runterschicken. Während die da arbeiten. Ich weiß halt gerade echt nicht, wie ich das aufhalten soll. Das ist mir unbegreiflich. Ja, das haben sie fertig. Dann auf die andere Seite rüber. Die Kulverierhöhne hole ich mal hier rüber. Und guck mal. Ja, ja. Ich kann es sowieso nicht aufhalten. Ja. So viele, oder was? Ist das nervig, ey. So, hier sind Kanonen. Ich brauch die jetzt gerade hier. Komm hier runter. Komm mal wieder zurück. Okay. Ein weiterer Grupp Russen ist im Anlass. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Ulanen. Die müssen hier helfen. Jawohl. I mean, slave. Auftrag. Verstanden. Wird erledigt. Verstanden. Wird erledigt. Angriff. So. Na kommt. Ich meine, die sind ja nicht stark, die Typen, ne? Aber die sind nervig. Die machen halt durch ihre Masse so viel, ne? Weitere Bergarbeiter haben sich freiwillig gemeldet. Das ist schön, dass sich noch ein paar Bergarbeiter freiwillig melden. Aber hier sind so viele Kanonen. Ich weiß nicht, wie ich das aufhalten soll. Ich bin bereit. Die ist fertig, die noch nicht. Hier sind noch Bergarbeiter. Die kann ich nur hier runter schicken und hoffen, dass sie durchkommen. Das ist ätzend gerade. Komm mal, Mann. Ja. Übertreiben hier so ein bisschen, ne? Mit der Masse. Eine weitere Kanone ist an uns vorbeigekommen. Ja, da werden noch ein paar weitere vorbeikommen. Da kann ich auch irgendwie nichts verändern. Jawohl. Weil die irgendwie anders laufen, als ich es erwartet habe. Ich dachte, die würden dann nur die drei Pässe begehen. Und das war's. Aber dem ist wohl nicht so. Achso, ich muss natürlich auch meine Leute hier wieder rausholen. Blöd, dass sie nicht wieder an die Arbeiten gehen, die sie verrichtet hatten. Da gab's auch irgendwo in dem Teil so eine Dorfglocke. Ja, die werden auch alle draufgehen. Bei dem Versuch, die Kanone aufzuhalten. Er ist an uns vorbeigekommen. Es ist egal. Es dürfen nur keine zehn sein. Neun sind egal. Nur keine zehn. Ach du Scheiße. Ja, alles klar. Schießt doch jetzt, ihr blöden Kanonen. Das gibt's noch nicht. Warum sattelt ihr wieder auf? Jetzt schießt. Ihr Kackkanonen. Kommt schon. Ich bin bereit. Ach, nö. Die Folge ist schon vorbei. Ach, so ein Mist aber auch. Aber hey, du kannst hier auf jeden Fall auf die Playlist drücken und dann siehst du, ob die neuste Folge schon längst da ist oder du drückst den Abonnieren-Knopf. Denn falls die neuste Folge nicht da ist, möchtest du bestimmt informiert werden, sobald die neuste Folge auf dem Kanal erscheint. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich dafür, dass du eingeschaltet hast und dir das Video angesehen hast. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, Feedback gibst und sagst, was ich besser machen könnte oder eben auch gut gemacht habe. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen und ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut!